Familie Tanna ist zurück und sie haben jede Menge Geschenke voll mit Weihnachtsspaß dabei. Es ist wieder Zeit für verschmückte Weihnachten bei Nickelodeon. Genieße ein besonderes Weihnachtsprogramm mit all deinen Nickelodeon-Stars in der besten Zeit des Jahres. Es warten neue Folgen deiner Lieblingsserien auf dich und auch Sascha ist natürlich mit Hey Nickelodeon unterwegs. Lass es schneiden! Außerdem gibt es spannende und lustige Weihnachtsfilme mit süßen Tieren, helfenden Elfen und Albert, dem sprechenden Weihnachtsbaum. Auf leg.de heißt es wieder Schmück die Tanne. Gewinne tolle Preise und genieße jede Menge verschmückter Videos und Spiele. Also, halt dich gut fest und achte auf die Tannen! Verschmückte Weihnachten, diesen Dezember, nur bei Nickelodeon.